Moin Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute sind wir unterwegs in Notruf Hamburg als SEK hier in dem neuen schönen Audi. Let's go! Also wir haben hier schon mal reinbekommen, dass hier ein Police Officer down ist. Ich denke wir fahren da jetzt erstmal hin. Ich hoffe, dass... Ach du, wie, wie, ne? Also ich hoffe, da ist jetzt kein heftiger, krimineller, so, keine Ahnung, wie Killerfuchs, der alle auseinander nimmt irgendwie... Jawohl, Killerfuchs mit jedem auseinander. Also Leute, da geht jetzt nix ab, aber die Osso-Tanke wurde jetzt ausgeraubt. Ich würde sagen, wir fahren das erstmal vorsichtig zu Osso. Okay, hier ist noch ein anderer Audi, der die, ähm... Ach, wir können ja mal Licht anmachen. Der hier die Straße sperrt. Also die Osso ist ja, glaube ich, da hinten. Also man sieht ja irgendwie gerade gar nichts, weil es so dunkel ist, an der Osso steht... Nope, hier steht kein Auto. Wir können mal gucken, weil ich denke, der ist irgendwie da hinten... ...in die Richtung abgehauen, aber da müssen wir es jetzt mal gucken. Auf jeden Fall haben wir hier recht viele Kriminelle auf dem Server. Auf jeden Fall hat er hier mehrere illegale Items. Das deutet auf Waffen hin, wenn er hier illegale Items hat. Und hier der, der auch illegal leidet. Puls. Ja, wir... Ach, hier der. Ich denke mal, wir müssen jetzt erstmal die ganzen Verbrecher hier suchen. Da hat ein weiterer Cop noch seine Position geteilt. Da müssen wir auch direkt mal vorbeischauen. Okay, wir haben den Emergency Call bekommen. Er hat gesagt, ähm, help. Okay, dann müssen wir uns auf jeden Fall vorbeischauen. Entweder ist es irgendwie wieder so ein random Typ, der da einfach nur reingeschrieben hat, um den Notruf auszuprobieren. Oder ist das wirklich ein Notfall passiert? Obwohl, das kann das schon... Okay, vielleicht Leute mit Waffen. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken. Achso, das ist ein RTW. Das ist ein RTW. Was? Hm. Aha. Aha. Ist das... Spanisch? Das ist kein... Ich glaube, das ist Spanisch. Ich glaube, das ist irgendwie so Freunde von Mixer. Ja, ich glaube, das sind Freunde von Mixer. Wir haben schon wieder ein Backup reinbekommen. Auf jeden Fall, irgendwie ist dieser Server nicht so der spannende Server. Irgendwie passiert hier gar nichts. Aber egal. Wir holen uns trotzdem diese kriminellen Schoffen. Wir haben jetzt noch den einen... Oder oha. Wir haben ja eigentlich... Ja, es geht. Ferrari sieht mir erstmal verdächtig nach kriminell aus, weil... Feuerwehrbus. Aber der Emergency Call ist ein bisschen... Da kämpft ein grüner Passat. Ähm... Es wurde gar kein... Ähm... Das... Junge, was ist hier los? Es wurde halt nicht mehr angefordert. Ich guck jetzt mal... Nope. Er ist nicht... Ach, das... Warum blendet das? Ach, Mann, ey. Das Kennzeichen... Ähm... Leo Massi... Ist... Auch nicht mehr wanted. Ja, er ist nicht wanted. Jungs, er ist nicht wanted. Er wollte hier gerade auf jeden Fall die Scheibe einschlagen, aber... Hier sind so viele Cops. Ich glaub, da traut sich echt, ähm... Niemand hier irgendwie was auszurauben oder sowas, weil... Die Cops campen hier. Also auf jeden Fall sollten irgendwie zu bangen. Schießerei, Schießerei. Wir müssen uns jetzt... Äh... Scheiße. Scheiße. Ich bin eine Sekunde irgendwie AFK und dann, ähm... Sind hier auf einmal 1, 2, 3... 50 Officer down. Ähm... Egal, wir müssen uns erstmal da ziemlich schnell hinfahren, um uns diese Officer zu holen. Äh... Nächste Officers down. Ich bin ein Profi. Ach, Mann, ey. Ich... Ich... Was ist... Ähm... Alex. Ah ja, er chillt da mit seinem Bugatti. Also, na ja. Ich weiß ja nicht so ganz. Ich auch, na ja. Ach, was... Im Passatkorb kommt. Und... Ja. Was zum... Hol doch deine Waffe! Wie lost... So lost war ich auch nicht. So lost war ich auch nicht. So, wir sind jetzt wieder hier SEK geworden. Oh, das ist ein anderer Server, glaube ich. Ja, aber egal, weil... Ja, aber egal, weil... Na ja. Ich bin gestorben. Da kam natürlich kein RTB. Also, doch, es kam RTB und ich war direkt auf. Deswegen liebe ich Notruf Hamburg. Also, ich liebe meinen Notruf Hamburg-Aim. Wahrscheinlich hat es jeder... Wahrscheinlich haben Spieler, die zum ersten Mal Notruf Hamburg in Roblox spielen, einen besseren AIM, als ich... Ich... Weil... Ja. Kein Kommentar zu meinem AIM. Bitte. Kein Kommentar zu meinem AIM. Danke. So, wenn in Notruf Hamburg nichts abgeht, gibt es ja keine andere Möglichkeit, dass er... Doch, man kann ein bisschen AP machen. Ich schon AP. Ähm, ich war auf... Zwei Notruf Hamburg-RP-Servern. Ich wurde auf allen gebannt, wegen Anti-RP. Ja. Alles dazu. Oh, das geht ja auch ohne dieses Ding beim Police-Team. Oh, wie... Oh, der Farm-Shop ist beroberet. Warte, warte, komm, komm. Naja. Es geht. Naja. Ja. Ähm. Warte, haben wir den nicht noch eben gesehen? Okay, ähm, Typ mit, ähm, einem hässlichen... Ähm, mit einem schönen Blitz auf seinem Pullover. Ja. Richtig schön. Ich hab's vergessen, dass ich im Police-Team war. Äh. Warte, 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 warte. Der Brille sieht mir ganz, ganz verdächtig aus. Es ist VR-Brille. Apple Vision Pro. Hallo. Das ist Olobsko. Das ist Olobsko, Leute. Ist es Olobsko? Oder wie der Typ weiß. Ne, das ist nicht. Das ist einfach Olobsko. Das ist der Verbrecher. Das ist ein Verbrecher. Also ein EHA-Verbrecher. Ja, komm. Komm, mein Süßer. Haha. Oh, Mann. Ey, ey. Ich glaub, das war die einfachste Verhaftung. Die... Ich... Einfachste Verhaftung einfach. So geil. Das ist so geil. Der hat jetzt irgendwie so einen Touri-Typ. Einen Emergency-Card. Ne, ich komm nicht zu deinem Emergency. Leute. Ey, guck mal. Ey, guck mal. Junge, wie lost muss man sein. Scheiße, Seife. Mist. Nein, bitte. Ey. Ey, bitte. Bitte, mach mein Auto nicht kaputt. Ey. Mann. Nein. Nein. Einen halben HP. Scheiße. Ich hatte... Nein. Nein, ey. Nein. Ey, please ein RTW kommt. Warte. Please ein RTW kommt. Bitte, 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 bitte. Ein RTW kommt. Oh mein Gott. Nein. Aber, Leute, ich würde damit auch dieses Video beenden. Ich weiß, es ist ein kurzes Video, weil irgendwie die Notruf Hamburg-Server sind heute nicht so gut drauf. Aber, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.